Musik Hallo liebe ich bin es mit eure Knossel, willkommen zu Live und Reingeschissen, dritte Staffel, sechste Episode glaube ich, weiß ich nicht. Und heute bin ich wieder infiziert, weil es letzte Runde, letzte Woche so gut angekommen ist. Und heute aber mit der PDW. Ja und nehme ich mit Marcel wieder. Hallo. Und mit dem Überboss. Und dem Epex. Schaut mir vorbei, hat ein YouTube-Kanal, ey, und natürlich auch der Weibo, der ist auch verlinkt heute. Und heute spielen wir mit der Bulldog, wenn wir jetzt atmen. Wieso habe ich einen Kaufpester? Ach genau, wir spielen mit PDW. Und nicht circa. Diese PDW. Die PDW ist aber richtig schlecht, also die ist richtig. Hey, wohin gehen wir? Wir haben jetzt zwei USB und Hardliner haben wir. Wir haben zwei USBs? Und Hardliner. Wisst ihr was? USB ist keine minderwertige Form der USA. Schauen wir oben auf die Karte, wo die Gegner sind, wo die Gegner verschwinden, meine ich. Nein! Drecksgame! Drecksgame! T-Master, so eine Fotze. Knossi, wohin gehen wir? Ja, dann, komm mal weg! Ich komm... Nein, nein, nein! Wow, 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 fuck! Der ist wohl weggelaufen. Oh, oh mein Gott. Was habt ihr jetzt hier das alles? Knossi, wohin gehen wir? Wir haben jetzt... Wir haben eine MSPS. Eine M40D, wie die heißt. Dann haben wir eine PDW. Und so, glaube ich, da. Cooles Zeugs. Ah, du hörst du! Das war fast jetzt, Alter. Oh mein Gott. Nächster. Oh, wir haben uns ja gett ab. Wir haben schon drei Kills. Ich mach jetzt Cam. Also, im Vierter Achill. Geht gar nichts. Mann, Alter! Ich hab so Lappenlieben mehr jetzt. So geil infiziert hab ich schlechte Demons, Alter. Was ist da los? Knossi, du bist das nächste Opfer. Du musst aber erst wissen, wo ich bin. Scheiße, ich hab bloß... Ich hasse! Die ganze Zeit herum, Alter. Was? Was greifst du? Ich renne die ganze Zeit herum, aber ich bin's keiner. Oh mein Gott, da sind viele. Da sind viele. Oh mein Gott. Ich bin der Glitcher B-O-Doppel-Z. Ne, ne, ich bin der Boss. Weih, da rennt einer von mir vorbei. Oh, grisilich sind letzten Überlebnen. Oh mein Gott, es sieht mich keiner, obwohl da irgendwie zehn Leute da sind. Es ist so geil. Oh mein Gott. Wo bin ich gerade? Wo bin ich gerade? Oh mein Gott, sie sehen mich einfach nicht. Oh mein Gott, sie rennen herum. Sie rennen herum vor mir die ganze Zeit, Alter. Ich sitz im Eck und sie rennen die ganze Zeit um vorbei. Oh mein Gott, zu zähnend einfach. Fuck, 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 fuck. Zu zähnend. Oh mein Gott, sie checken's nicht. Oh mein Gott, hat die jetzt echt unten gesehen? Oh mein Gott. Ne, glaub ich doch nicht, hä? Oh mein Gott. Ah, dahinten ist einer gestorben. Oh mein Gott. Da leben noch vier, du Lappen. Oh mein Gott. Sie sehen mich nicht. Sie sehen mich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der steht ja da vor mir. Oh mein Gott. Ihr lügt, ihr lügt gerade sowas zusammen. Chris hat auch ein geiles Versteck. Alter, Alter, der Solo-Chart, da steckt niemand wieder aus, da steckt und schau ich mir dabei, wenn er stirbt. Oh mein Gott. Also schau mal, Chris, ja da. Sie kreien bei mir vor der Ruhe. Siehst du mich, Chris? Ihr lügt, Chris. Ja, oh ja. Oh, geiles Versteck. Das ist saugut, also sie checken's nicht. Er hat sie gerade vor mir liegen, einen Taktikeinstieg. Also, ich muss gleich sagen, also... Das ist auch überhaupt... Marcel, du verratest nix, aber den anderen irgendwie. Weil ich hab mir das U-Field gesagt, ey. Ehe nichts. Bin gespannt, ob die was... Warte, ich muss kurz mein Headshot, mein Chef-Kabel einstecken. Jetzt ohne Witz, Alter, so viele Team-Mates habe ich. Oh mein Gott. Alter, das ist richtig... Oh mein Gott. Was hast du gerade gesehen? Das Beste. Was habe ich für viele Team-Mates? Es ist das Beste. Oh mein Gott, oh mein Gott, es steht... Oh, was ist denn? Die Kanten seid bei mir vorbei. Irgendwie auch, Alter, wie die Ratten rennen sie rundherum. Oh mein Gott, unsere Verstecke sind einfach so genial. Alter, ich weiß nicht, wie viele Team-Mates, solche Lappen. Ich will sicherlich einmal euch vorbeilaufen, ich will euch so sehen. Die Verstecke sind eigentlich so offensichtlich. Ja, ich hab... Ich hab immer sich schlecht für Team-Mates. Wenn man will... Echt, muss dir das Queen mal, Alter. Das Queen, wir kommen noch 40 Sekunden. 40 Sekunden noch, komm. Ich mach die ganze Zeit Double-Tap. Haha. Nein, er ist... Nein. Krise. Alter, ich verlaufe dich, Mates. Bei mir sind so viele vorbeigrenziger. Ich finde mich noch nicht. Sie finden mich immer noch nicht, obwohl er da an ist. Knoss, ich könnte dich jetzt so killen, aber ich kill dich nicht. Nein, mach's nicht. Ich will mal schauen, ob man dich sieht. Sie finden mich nicht. Sie finden mich noch immer nicht. Leute, das ist so ein Fake. Sie finden mich nicht. Sie finden mich einfach nicht. Er schaut, er schaut sogar hin, Alter. Uaaaaaah. Ja, die kommen nicht drauf. Warte, ich mach das jetzt, wenn ich draufkomme. Die checken es nicht. Ja, aber sie können ja die ganze Zeit... Sie können ja eigentlich auch Wurfmesser werfen. Ja, ja, ich hab da nebengekommen. Fuck, Alter. Links und rechts stecken Wurfmesser. Komm, ich muss überleben. Ich sag hier irgendwo, ich spare Leid da. Ich muss überleben, ich muss überleben, ich muss überleben, ich muss überleben. Warte, wie geht das nochmal? Nein! 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 Ich hab nur noch ein Wurfmesser gesucht. Ach, du Scheiße. Also auf jeden Fall Leute, den Spot könnt ihr zu benutzen, wenn ihr zu zweiter oben seid. Richtig geil, Leute. Das ist der letzte Radar. Schaut nochmal gut meine unfähigen Dements an. Ah, das Lustige ist ja, die sind ja unten herum, man müsste mich eigentlich sehen, weil ich stehe ja auf der offenen Fläche. Nein, da schaut einfach nicht drauf, weil die Leute checken es nicht. Egal, auf jeden Fall, bitte für den Fail, für die Fails, wir geben hoffentlich einen Daumen nach oben, die war richtig lustig, die Episode, ich sag tschau, bis zur nächsten Episode. Und euer Knosti, schaut bei Facebook, Twitter, Google Plus vorbei, zack, boom, boom.